hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft badwars mit mir dem torben am ersten januar 2015 leute frohes neues jahr wünsche ich euch allen ich hoffe ihr habt gestern schön euch ins neue jahr reingefeiert ich hab's gemacht und ja ich hoffe ihr habt spaß gestern und ja heute will ich natürlich noch also es ist gerade schon drei uhr und die folge hätte eigentlich schon vor einer stunde rauskommen müssen das tat sie nicht das heißt ich will jetzt so schnell wie möglich hier hoch rendern hochladen was auch immer weil ja damit ihr einfach noch ein video bekommt ich ihr seht wie ich mich anstrengen deswegen spiele ich auch nur eine zweimal fünfer runde weil das ist einfach besser wenn wir also es geht halt schnell so erst runter gefallen beim treppe bauen ich brauche hier ein ja scheiß auf eisen leute wir brauchen das gold so höher noch höher noch höher noch höher so übernehmen übernehmen bitte bitte ja ja gott im himmel wir haben das erste gold ja ok sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön wir haben das erste gold so das ist auf zwei mal fünf auf diese auf dieser map ist das so unglaublich wichtig wenn man das erste gold kriegt weil jetzt werdet ihr sehen auch da hat mich jemand mts angeschrieben ich muss es noch ausschauen dass man mich anschreiben kann wenn ich in meinem aufnahmeraum schille weil das stört ja auch schon so wenig so weil jetzt werdet ihr sehen wie wichtig es ist auf dieser map einen bogen zu haben ich glaube ich habe euch das schon mal gezeigt ich werde es euch jetzt noch mal zeigen weil jetzt haben die einfach keine chance mehr also es hat geleckt ich dachte ich sterbe jetzt mit dem ok die machen schon das bett es ist ja setzt du sie so einer weg weil jetzt werdet ihr sehen haben die keine schnitte mehr die wollen jetzt hier immer wieder halt in die mitte rennen aber ich schieße jetzt einfach immer wieder runter ok so easy ist das das heißt die haben keine chance mehr so da kommt jetzt der volle külpte guckt ihn euch an ok er geht es gar nicht kommt macht das macht das schafft das na shit da kommt der volle külpte ach schade ja ihr braucht eine spitze wenn ihr das machen wollt so ihn da schieße ich mal weg wenn das bett einbauen will bett einbauen ist nicht so cool finde ich du gehst erstmal wieder schön einen abgang machen ja ich sehe dich da doch komm man kann es mich nicht verarschen da treffe ich dich auch noch kollega ach guck mal da kommt ja einer der will gerade neues eisen holen tschüss ah der will auch noch mal neues eisen holen warte jetzt ne jetzt ja perfekt haben wir ihm noch den hit mitgegeben so wie das sein muss so du machst ja auch mal gar nichts bitte einmal ganz kurz nichts machen ja das ist manchmal ganz praktisch kommt schon du schaffst das ohne witz du schaffst das du schaffst das ich helfe dir ein bisschen mit schade ich hab dir sogar noch zweimal gehittet also einmal den einen und einmal den anderen das weiß ich ja okay jetzt kommt der volle külpte und ich kriege ihn nicht unter schütte egal wenn er zurückkommt na ist ja ziemlich ist getrackt jetzt dann lass ich mir auch schön zeit mit dem anvisieren er will sich einfach jetzt hierhin bauen wie dumm ist er tschüss so und tschüss getroffen so damit haben wir das geht so jetzt kann ich einfach da unten rein spammen guck mal jetzt wollen sie es kommt jetzt wollen sie es kommt das ist mein job jetzt oh fuck den ersten haben wir nicht erwischt oh nein wir erwischen gerade gar keinen nein das ist peinlich leute also bin ich inkompetent gerade ich treffe einfach gar nichts weil ich inkompetent wie sonst das bin jetzt in dem hit headshot und geh die sterbe nein den hat er bekommen egal ne ich habe ihn bekommen ja sehr schön neuen rekord haben wir nicht die gegen vier minuten 14 egal leute es war jetzt eine schöne knackige runde die kann ich jetzt schnell rendern und schneiden schneiden rennen und hochladen und dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat ist doch einfach mal eine positive rettung da wir sehen uns beim nächsten mal wieder leute und dann würde ich sagen frohes neues jahr haut rein und ciao